Päumene Amalige Zeiten weißt jedoch, hat man gehabt Kinder auf den Gass und man hat sie genommenen Soldaten. Das hat man gerufen Päumene. Nur als Eineres gewesen aber weiter, vielleicht man ihm nicht nehmen. Aber Jeden seinen doch Jeden. Hat man gefunden und hat einen Eizern. Man hat genommen kleine Jüngle von sechs zu sieben Jahren und hat sie gemacht. Es hat sich getroffen amal, einer Jüngle von ein Jahr sieben, wo es hat mit Apothek zurück Chassner gehabt, hat sich gespielt auf den Gass, Borvis und ohne Hesen. Ist vorbei gegangen ein Jid, der Jid sieht, es spielt sich auf den Gass ein Jüdischer Jüngle, ist das bei ihm eine Kasse. Wie heißt Pabos ist er nicht in Cheder? Geht er zu zum Jüngle und fragt ihm Jüngle, Pabos gehst du nicht in Cheder? Sogt der Jüngle, ich geh schon mehr nicht in Cheder, ich hab eher nicht in Chassner gehabt. Sogt der Jid weiter, ob du hast Chassner gehabt? Bist du doch ein Ballabos? Doch auf was gehst du ohne Hesen? Sogt der Jüngle, Eiernächten hab ich Chassner gehabt, hab ich getrocknet die Hesen. Heint hat mein jüngerer Bruder Chassner, trockt er die Hesen. Sogt der Jüngle.